Grüß euch Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Bloodborne-Informationsvideo. Und der Grund, warum ich dieses Bloodborne-Informationsvideo alleine drehe, ist der Grund, warum ich es überhaupt mache, ist, dass mein Vater nicht anwesend sein kann, und zwar bis nächstes Wochenende, wo wir wieder aufnehmen können. Die Sache ist, wir haben nur bis zur Dienstagfolge aufgenommen. Warum? Was bedeutet jetzt eigentlich, dass, also was das bedeutet, ich bin gerade ein bisschen nervös, aus welchen Gründen auch immer, aber wahrscheinlich, weil ich mich dafür entschuldigen muss, der Grund für das Ganze ist einfach, dass er krank ist, und es bedeutet, dass wir da ja keine Folgen haben, und meine Frage an euch daher ist, wir spielen momentan, ich denke mal, ich kann das jetzt verraten, wir spielen momentan ein Kelch-Dungeon, vielleicht habt ihr es eh schon gesehen, und das Problem ist, also nicht das Problem, das Gute ist, es ist halt nicht Teil der Hauptstory, mein Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt das so machen soll, dass ich einfach, dass ich jetzt einfach weitermache, alleine in dem Dungeon, weil das ja nicht so großartig ist, oder ob ihr wirklich sagt, nee, wir wollen immer euch beide, und da müsstet ihr halt bis Samstag warten, also eine halbe Woche, ist die Frage, was wollt ihr, schreibt es doch in den Kommentaren, oder so, solltet ihr einfach nichts schreiben, oder, dann werde ich, denke ich, mal warten, weil da möchte ich nichts vorenthalten, also ihm nichts vorenthalten, und ja, ich würde sagen, das war es schon von mir, kurze kleine Info, bisschen aufgeregt aus welchen Gründen auch immer, wir sehen uns beim nächsten Mal, Tschüss!